Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Wir sind immer noch in Holland bei der Firma Gotha Racing. Hinter uns steht Tims Coupé. Beziehungsweise das, was davon noch über ist, da gehen wir jetzt gleich drauf ein. In den letzten beiden Teilen habt ihr schon A-Mine Billet-Diff gesehen für die Limo. Dann hat Käse uns ein bisschen herumgeführt, hat uns die ganze Fertigung gezeigt. Megageil. Und jetzt kommen wir noch mal wieder zu einer anderen Sache, die hier auch noch tatsächlich hergestellt wird. Eine bekannte Thematik haben wir schon mal gesehen, aber wir lassen uns überraschen. Okay. So, erzähl mal. Das war mal ein S2 Coupé. Ne, V6 Quadro Coupé, also 2,8er. Da war ja der richtige Motor immerhin schon mal drin. Naja, Ansichtssache. Die Karossen sind einfach leichter und auch günstiger zu bekommen. Da habe ich dann halt das Auto draus gebaut, sage ich mal. Und ja, in Zerbst hat es leider die Karosse dann zerrissen. Wir fangen mal ein bisschen weiter früh an. Das letzte Mal, als ich das Auto fahren sehen habe, war in Zerbst. Das war 2020. Ja, genau. So, und da weiß ich noch, ist alles abgeflogen, was abfliegen kann, Antriebsschrank mäßig? Ja. Also, wir fangen mal an bei den Flanschen im Getriebe, die sind abgebrochen. Das war der erste Punkt. Dann sind die Differenzialhalter hinten abgebrochen. Beim nächsten Mal sind alle drei abgebrochen. Das Diff hat sich 180 Jahre gedreht in der Achse. Beim nächsten Mal hat er so einen Hoppser gemacht, dass er vorne leicht ausgehoben ist und dann war er komplett feierabend. Dann war es so, dass die Räder am Radkasten anlagen. Und dann war es ja eigentlich vorbei. Und dann habe ich gesagt, egal, wir bauen die Buchsen um. Das heißt, du hast es wirklich geschafft, auf einem Event eigentlich alles Antriebsstrang mäßig zu zerstören, auch charakterietechnisch und so, was geht? Ja. Geil. Das Wort ist Motorsport. So ist es halt manchmal. Und Diff hinten wahrscheinlich, wie du schon im ersten, zweiten Video sagtest, Max-Sperre. Ja. Mittel-Diff? Auch. Auch? Nur vorne nicht. Okay, weil das ist, ganz viele sagen das auch, sobald du das Mittel-Diff wirklich komplett sperst, ist es sobald das Ding vorne in Luft geht, dass wirklich alles nach hinten geht. Ja, das war der Fall. Und das Ding macht dann halt auch alles kaputt, ne? Ja, so war es. Aber hat Spaß gemacht. Ja. Und dann habe ich den Abend ... Die Flex genommen? Nee, nee. Ich habe, wie gesagt, mit den Buchsen dann die Achse zurückgedreht, dass ich nochmal wieder fahren konnte. Ja, dann haben wir aber aufgeladen und sind den Sonntag dann nach Hause gefahren. Und dann habe ich für Anklamm, dass wir noch wieder fahren konnten an dem Event, habe ich dann von den Domen hinten eine Abstützung gebaut und habe die Querlenker mit Zugstreben, mit so Spannschlössern aus dem Metallbau, habe die dann wieder zurückgezogen, damit das Rad wieder mittig steht und dann konnte ich wieder fahren. Und dann bin ich in Anklamm noch echt viel gefahren. Und dann im Finale gegen Rühle, wo bei denen der Block und die Kurvelle gebrochen war. Das heißt, hier war auch schon Billetblock drin? Ja, also von Anfang an nicht. Das Projekt hat angefangen, dass ich mein S2 geschlachtet habe, um das alles in diese Karosse zu bauen, um meine Karosse zu schonen. Gute Entscheidung gewesen. Ja. Dann habe ich aber in einem anderen Video schon mal erzählt, ich habe dann zum Wördersee hin alles wieder rausgebaut und quasi den S2 wieder so gebaut, wie er war. Und diese Karosse stand dann wieder da. Und dann ging es los? Ja, und dann habe ich mir überlegt, was machst du jetzt nochmal wieder alles umbauen, hast keine Lust, du baust was Neues. Und dann kam es zu der Billet-Geschichte. Und dann haben wir, ja, 2,2 Liter Billet mit eigentlich alles, was so geht. Leistung? Bei 3,1 Bar hatten wir 1.324 und 1194 Newton. Eigentlich schon ein krasses Drehmoment, auch nur so für 2,2 Liter. Ja. Und in Anklamm hatten wir, also das Amtron-Steuergerät kann das durch G-Kräftesensor und so halt selbst errechnen. Und wir haben es auf dem Dino-Jet mal kontrolliert. Das war bis auf 30 Bärs, glaube ich, und 40, 50 Newtonmeter genau. Und da hatten wir 3,7 Bar mit 1450 Newtonmeter. Okay, und dann hast du dir überlegt? Ja, dann haben wir überlegt, was machen wir? Da war Corona, nur Zeit. Es gab keine Events. Ja, mehr oder weniger. Ich habe dann, ja, die Karosse war halt hin. Und dann habe ich gesagt, was machen wir jetzt? Auf nochmal sowas Gleiches? Weil, um Grip zu kriegen, um irgendwann schnell zu werden, muss das irgendwie in eine andere Richtung gehen. Und dann habe ich gedacht, geil wäre halt auch so Zelle mit Hinterachsaufnahme und so. Und dann sag ich, wir können auch einen Rohrrahmen bauen. Und dann habe ich gedacht, geil, machen wir. Und dann hat es angefangen mit normal, also der Billet-Motor mit Dockbox-Getriebe, was ich gefahren habe. Dann habe ich mir überlegt, ey, jetzt machen wir so einen Aufwand mit dem ganzen Rahmen. Eigentlich Dockbox, nee. Und dann habe ich das Dockbox-Getriebe verkauft. Dann haben wir versucht, 8 HP-Getriebe reinzukriegen, aber das ist so ein Klopper. Dann hätte ich keinen Platz mehr zum Sitzen und so gehabt. Und dann habe ich gesagt, scheißegal, wir machen jetzt Liberty rein. Okay, das heißt, ich fasse zusammen, das ist alles, was von einem alten Auto übergeblieben ist. Ja. Dieses Häuschen. Ja. Und das kommt alles über diesen Oberrahmen. Genau. Sympathisch. Acht Schrauben und dann ist es fest. Und los geht's, ne? Ja. Was wiegt das so? Weil es ist ja schon noch relativ viel Blech dann am Ende. Ja, ich habe jetzt noch vorne, hinten GFK, also Seitenteile, Kopfflügel. Ich denke mal, so 200 Kilo hat das locker, ne? Ja. Und geplant sind noch Carbon-Türen, weil die Türen beim Coupé so extrem schwer sind. Ja. Aber wichtig ist für mich halt eigentlich nicht so unbedingt das Gewicht, sondern dass das alles stabil ist und sicher fährt. Mich würde bei so einem Häuschen immer reizen, mal auf dem Event das einfach so abzunehmen. Weißt du, wo jeder andere so eher Haube aufmacht, so einfach das ganze Häuschen so runter und man kommt überall rein. Dann muss man mit Paul sprechen, weil seins ja extrem leicht ist. Das ist einfacher. Ja. Also das hochzukriegen, das geht auch. Aber... Aber wir können auch Stapler mitnehmen zum Event. Ich denke nur 200 Kilo. Ja. Ja, hebst du so einfach, ne? Ja, ne, mach das. Ja. Gehen wir hin. Ja, ne, krass. Okay. Und jetzt sieht's so aus. Ja. Das ist am Ende dabei rausgekommen. Aus einer einfachen Zelle im Auto zum... Das heißt, es ist auch wirklich nicht untertrieben, das einzige von dem Auto, was da wahrscheinlich wieder reinkommt, ist wahrscheinlich so ein bisschen die Hinterachsehe. Ja, genau. Die Querlenker, Radlagergehäuse. Ja, das Fahrwerk, das dient jetzt nur zu Anpassungssachen, da kommt noch was anderes rein. Aber jetzt erzähl mal, ist das das erste Mal, dass du so ein Rahmen baut? Ne. Doch. Aber ich bin immer wieder fasziniert, was er noch alles baut. Mal gucken, was wir noch noch alles finden. Ja, ne, ich denke, dass ein Volltube oder Vollrahmen, so wie hier, das ist der erste. Wir haben ein einziger Käfig gebaut für... Stoppelkross auch viel, ne? Ja. Aber das war nicht so extrem wie hier. Ne. Aber jetzt haben wir dann auch gesagt, ja, dann machen wir auch ein, ja, wie heißt das, ein Mold, Mold, dass wir die Punkte allen haben, sozusagen. So wir haben dann... So eine Leere, ja. Ja. Und die können wir dann auch, ja, für mehrere Dinge nutzen, so das ist eigentlich einfach. Aber jetzt für Coupé geht das. Weil wir waren... Wir haben schon mal ein Video gemacht bei Nils, der für Paul dieses ganze Ding gebaut hat. Ja. Und es ist ja nicht so mal eben einfach gebaut. Da gibt es ja auch ein bisschen Reglement und Vorschriften. Ja, wir haben das alles, wann ich das... Ja, klar. Ähm, glücklich kenne ich eine in Holland, die ist SFI, ja, Abnehmer. Mhm. Für Holland, aber auch für Deutschland. Mit deutschen TÜV, also ja, bald auf den Straßen. Ja, aber ja, genau. Genau so, ja, die macht das dann. Und die ist da auch bei gewesen und die hat uns ein bisschen geholfen damit, was geht oder was nicht geht. So wir haben das ganze SFI-Reglement, sagt man das so, dazu genommen. Und das ist auch wirklich so gebaut, dass das dann auch eine Abnahme bekommt. Ah, ja. Das heißt, sowohl, wo welche Strebe ist, welche Stärke, welche Durchmesser hat alles Sinn und Zweck, so wie es halt sein soll. Genau, alles vorgeschrieben. Es gibt verschiedene Modelle, die du benutzt oder die du halt nehmen kannst. Oder mixen. Oder halt mixen, genau. Aber das ist auch, die sind wirklich, was wir, die sind geschrieben für Army-Autos. Mhm. Zum Beispiel das Floorplan sozusagen oder den Bodenplan. Ja, wie man das bauen muss und mit so einem Getriebe in einem Army geht das. Die sind zum Beispiel 20, 30 Zentimeter breiter. So, das war schwierig. Das hat er auch verstanden. Er hat dann auch gesagt, ja, das müssen wir mal überlegen, dass wir dann von die das nehmen und von die das, wann insgesamt gut ist, ist gut. Weil dieses Liberty-Getriebe so breit ist, dass du als Fahrer kaum noch Platz hast. Naja, auch. Aber du kannst dich ja mal reinsetzen, das geht eigentlich vom Platz. Ja, das geht eigentlich ziemlich gut. Einmal das Einsteigen ist ja schön. Ja. Ja, so macht man das auch nicht. Also ich bin echt gespannt, was ihr so am Ende erzählt, wenn man so eng an diesem Getriebe fährt. Ich meine, sonst ist da ja auch nur eine Lage 1 Millimeter Blech. Aber dieses 1 Millimeter Blech lässt es ein, aber irgendwie doch anders wirken. Aber ein originaler Tunnel bringt auch gar nichts. Wenn das Schwungrad rauswirkt, geht das raus. Keine Frage. Das ist nur, dass man sich so sicherer fühlt. Deswegen haben wir das auch zum Beispiel, was um Schwungrad geht. Wie heißt das auf Deutsch? Kupplungsgehäuse. Ja, das Ding. Haben wir auch so dick gemacht. Eigentlich übertrieben, aber ich habe auch gesagt, mir ist es egal, dass das ein 2, 3, 4 Kilo mehr wiegt. Aber das muss behalten. Wir müssen noch mal kurz den Zuschauer abholen, dass auch hier wieder wirklich alles von euch selber gebaut ist. Ja, bis auf das Getriebe. Bis auf das Getriebe, ist klar. Das haben wir im letzten Video geklärt. Das kommt ja erst später, das eigentliche Getriebe. Und Thematik Getriebe. Ja, ja. Nein, aber die ganzen gebogenen Rohre, die ganzen Aufnahmen, die Zwischenplatte hier. Ja. Das wird ja auch immer gerne gemacht. Das heißt, man nutzt die eigentliche Adapterplatte zwischen Motor und Getriebe, nutzt man eigentlich gleichzeitig als Motorhalter und schraubt damit das ganze Ding einfach an der Karosse fest. Genau, richtig. Ja, alles ist wirklich steif verschraubt. Ja. Ja. Und jetzt kommt dazu in kürzester Zeit hier, ne? Weil du bist ja noch nicht so lange hier. Na, wir haben ja vor anderthalb Jahren angefangen. Ja, klar. Aber jetzt so die ganze Thematik mit Getriebe und so? Ja, das haben wir jetzt in kurzer Zeit gemacht, weil das auch gedauert hat, bevor das so ein Getriebe abgeliebt wird. Und dann geht es auch noch los. Zu Anfang war es ja mit 01E geplant und dann hier wieder Plan umgeworfen, da Plan umgeworfen. Mit der Zeit kommen ja auch immer wieder komische Ideen, die man dann verwickeln will. Ich bin mir auch sicher, der Plan wird sich noch ein paar mal ändern. Ja. Ein paar Jahre haben wir ja auch Zeit, oder? Bei mir regt sich auch immer jeder darüber auf, weil ich auch gerne Pläne immer wieder abende. Ja. Aber ich sag mal immer, man sollte einfach nicht an dem Plan festhalten, nur wenn man der Meinung ist, man hat einmal diesen Plan aufgestellt, sondern man will ja am Ende das geilste Ergebnis haben, ne? Wenn einem irgendwann einfällt, komm, wir bauen lieber ein anderes Getriebe rein. Genau. Dann bin ich da voll bei dir. Und hier unten am Getriebe sind noch Aufnahmen, da wird das noch abgestützt. Mhm. Und vorne vor, zwischen den beiden Häumen quasi, kommt auch noch eine Querstrebe nachher. Wir haben hier jetzt, Liberty ist das gleiche Getriebe wie HST in dem TT hat, wo wir auch neulich in Österreich waren. Ja, ob das jetzt von der Übersetzung so das gleiche ist, aber an sich so von der Bauart von dem Liberty, ja. Dieses Bellhousing, was ihr auch selber gemacht habt, aus Alu? Ist auch Alu? Ist spezielles Alu oder ganz normales Alu dann? Ja, naja, nicht mega spezial oder so. Also, das hätte es aber für dieses Getriebe, für den Fünfzylinder schon gegeben? Nein, Fünfzylinder allgemein nicht, sondern nur bis zur Zwischenplatte und den Lochkreis oder die Anbindung an den Fünfzylinder hätte man dann eh selber fertigen müssen. Also, die Platte mit der Aufnahme für die Getriebeglocke. Verstehe. Aber es gibt von Browell, glaube ich, gibt es verschiedene für das Liberty Getriebe. Das hat mich dann auch im Endeffekt genervt, weil die sind so groß. Die sind eigentlich wieder für, wie gesagt, für V8. Die kann man eigentlich nur ordern mit V8-Boltz-Patron. Und das ist auch noch so, dass die dann wirklich die Länge und alles, die sind mega. Wie dick ist das? Ja, das ist jetzt ziemlich dick. Ich denke, wir haben das so um die 15 Millimeter Wandstärke gemacht. 15? Ja. Aber die ist auch sehr eng um das Schwungrad eigentlich. So dann, wann das platzt, dann hat das auch den Weg, ja, Geschwindigkeit oder wirklich auseinander zu gehen. Ja, ja, greift sie sofort dann außen ein. Ja. Aber wir machen, denke ich, am Endeffekt, oder Tim macht, das ist nicht meine Wagen. Ich wollte Tim noch sagen, bitte mach, es gibt so einen, wie heißt das, Kevlar? Sprengshots quasi. Ja, was überall, wie gesagt, du sitzt doch ziemlich eng am Getriebe. Wann etwas platzt, dann hast du hoffentlich noch meine. Ja, das werde ich bestellen und dann kommt das da rum. Das ist halt, wie gesagt, das Getriebe kann man dann mit dem Adapter auf das Verteilergetriebe direkt so bestellen für RB25, 26, 50. Das heißt, du willst Allrad weiterhin fahren? Ja, definitiv. Das heißt, eine Welle geht dann nach vorne, eine Welle geht nach hinten. Genau. Dann ist jetzt die große Frage, was für ein Diff kommt da hinten rein? Da kommt ein Strange Diff rein, aus dem Camaro ist das. Nur als versteckte Version mit Sperre und so drin. Und das gibt es dann auch mit der passenden Achsübersetzung wieder? Ja, 4.1er oder 4.11er. Vorne ist vom R34 3.9 und vom R35 GTS auch wieder 4.11. Passt ja. Ja. Das passt. Und das heißt, das Bild wolltest du aber nicht hinten einfach reinmachen? Das geht ja nicht. Wenn, dann hätte man jetzt den Triebsatz alles komplett ändern müssen, damit es anders rumläuft. Also rückwärts könnte ich fahren mit Kraft, aber vorwärts nicht. Und auf den Kopf drehen, wie ich das ursprünglich mal vorwarte, auch wenn es immer nicht so die schönste Variante ist? Ja. Ist jetzt nur, dass jetzt ein Dummy-Motor dran hängt. Das ist halt nicht mein Motor. Aber insgesamt ist halt der Motor 37 cm nach hinten gekommen von der Originalposition. Mhm. Ja. Das heißt, das wird richtig schrauerfreundlich nach vorne, weil der endlich Platz ist. Ja, 37 cm mehr. Ja. Ja. Was nochmal nicht geht, das geht jetzt. Demnach möchte ich halt gerne, wie viele das machen, halt auch Sprit-Tank und Trockensumpf-Tank und so halt alles nach vorne haben. Und mit euer Trockensumpf-Ölwanne und so, das passt aber alles so? Die Ölwanne passt, nur Trockensumpf wird integriert in der Querstrebe vorne. Mhm. Ja. Wahnsinn. Und das Getriebe funktioniert dann komplett über Druckluft? Ja. Kann man hier quasi Druckluft anschließen. Mit einem kleinen Probelauf haben wir schon mal riskiert. Aber später im Betrieb hast du nur einen Druckluft-Tank oder einen Kompressor? Nein, also es würde reichen, wenn der Tank groß genug ist. Ich möchte aber gerne einen Kompressor dazu haben, dass ich halt immer den richtigen Druck habe. Ja, jetzt noch wieder raus. Oder nicht? So ist es halt bei der MME-Schaltung, da hast du auch einen Tank und einen Kompressor. Können wir bei Käse dann, kann man das sehen. Mhm. Ja. Kommen hier noch Rohre rein oder sind das schon alle Rohre? Ähm, hier vorne kommen noch ein, zwei Verstrebungen. Hier oben. Hier vor. Und dann muss ich sehen, wo nachher die Kardanwelle, wie die genau läuft. Dass ich halt noch einen Bogen oder zwei Bögen um die Kardanwelle rummache. Dass, falls die, falls das Gelenk mal auseinander fliegt, dass die da halt hängen bleibt. Ist das hier alles Chromo? Ja. Ja. Bin ja mal gespannt, wo man gewichtsmäßig hier dann auch so landet. Ja, kann ich dir berichten. Wir hängen dir in einem Kran. Gegenüber einem normalen, also bei Paul bei dem GTR, das war ja vorher schon ein riesen Auto so, ne? Ja. Klar, da kann man natürlich am meisten holen, wie das jetzt hier so mit der gleichen Blechkarosse und so weiter. Also dieser Vogue vorher vollgetankt. Da habe ich aber auch noch 40 oder 50 Liter Sprit immer mit mir rumgefahren. 1380, glaube ich. Mhm. Komplett. Einmal raus hier. Ein Glück ist er gelenkig. Ja. Ja, aber die Bögen sehen schön aus, die ihr hier alle so gebogen habt. Für Chromo und so. Ja. Wie viele Arbeitsstunden sind das ungefähr, bis er so weit ist hier? Oh, was hat er denn gesagt, Letz? Gestern hat er immer zusammengerechnet, ne? Würde ich gar nicht wäschen. Viel. Schon eine Idee, was du machst? Den Rahmen lackieren alles? Karosse lackieren? Ja, Pulver. Also ich habe mit Paul gesprochen. Pulver darf man nicht. Wegen dem Reglement und wegen möglichen Rissen. Weil über Pulver oder unter Pulver siehst du sie dann halt nicht. Also der Rahmen wird komplett lackiert. Und ja, ich sag mal, die Hülle, entweder bleibt sie erstmal so. Je nachdem, wie es zeitlich alles passt. Und ansonsten halt Folie, ne? Zeitlich, wie es alles passt, da sagst du es nämlich schon bei. Wann willst du mit dem Auto fahren? Eigentlich zur Late Night. Also am 9. Juli, 8. Juli. Ja. Wird sportlich. Übrigens das gleiche Datum, wo ich auch meine Limo fertig haben will. Das stimmt nicht. Die wolltest du schon zum Wörthersee fertig haben. Ja. Wörthersee hat da nicht stattgefunden. Achso. Ja, der hat ja nicht stattgefunden, deswegen hatte ich ja keine Motivation. Ja. Aber geile Arbeit wieder. Muss ich einfach so sagen. Muss ich einfach sagen. Gefällt mir. Hier wird Karosse dran geschrubbt? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, ne? Aber das ist nur, wofür sind diese Ausläufe hier nochmal? Oder ist auch vorgeschrieben, dass sie da sind? Nö. Aber das ist mehr, keine Ahnung eigentlich. Designmäßig. Ja. Das ist das Einzige, was übrig ist, aber... Ich dachte vielleicht, dass hier auch irgendein Punkt von der Karosse anliegt. Ne. Nur hier. Dann quasi... Wann wir zum Schweden fahren? Zum Dreck... Was heißt das? Dreckweg oder so. Dann kommt der Anhänger... Die Anhänger hier nochmal. Ja. Hier, Fallschirm ist auch schon gesorgt. Genau. Wird nur noch ein bisschen verstrebt. Und hier ist quasi die Anbindung unten dann, ne? Mhm. Aber da sind wir noch nicht ganz mit fertig. Mhm. Mhm. Ja. Und Hinterachse bleibt bis aufs Diff-Original. Somit. Logischerweise. Ja, ja. Also Anschraubpunkte und so, das ist wie Serie. Man kann quasi jetzt einfach eine normale S2-Achse oder Quattroachse quasi da jetzt wieder unterschrauben vom B3. Mhm. Könnte man... Ach ja, stimmt. Jetzt sehe ich es erst. Stimmt, da ist ja eine geschraubte Achse. Ja. Die Achse ist aber auch von euch selber geworden? Nein, die baut RG Customs. Mhm. Das ist mein Vertreter in Schweden sozusagen. Die baut sehr schöne Achsen und zum Beispiel... Oder den Diff-Halter, was ich erwähnt hatte mit der Öffnung für die 89er-Abgasanlage. Und die Achse direkt fest integrieren in den Rahmen? Wollt ihr da nicht? Nee. Ich wollte da auch noch was Schraubbares haben. Das kann man... Damit nochmal wieder was rausreißen kann. Genau. Weil Paul sagt zu mir, oh, er hätte ja gleich die Achse nehmen können, die ich habe und so. Ich sage, ja, hätte ich. Aber ich muss ja irgendwann auch nochmal was haben, was man upgraden kann. Ja. Und dann kann man halt die Achse rausnehmen, dass du ein bisschen... Weil alles, was du nach hinten hin änderst, von der Fahrgastzelle oder nach vorne, ist vom Reglement halt nicht wirklich vorgeschrieben. Also man kann es frei ändern. Dementsprechend bin ich mit der Hinterachse dann immer noch flexibel. Wenn ich, ich sage mal, in zwei Jahren mir überlegt habe, ich will jetzt doch so eine Achse haben, dann macht man es einfach. Ja. Ja. Weil dann natürlich schon Federbeinaufnahmen und sowas, wird ja alles dann wieder anders sein, ne? Ja. Aber wie gesagt, das ist ja alles hinter der Fahrgastzelle. Klar, so ist es natürlich noch ein Tucken mehr seriennah. Ja. Ja. Wenn man davon reden kann. Anspruchpunkte sind positionsmäßig wie Serie. Weil Vorderachse ist auch von dem auch ein Rahmendreher. Ja, genau. Aber der, ach so, der musste logischerweise ein bisschen für Diff und so... Genau, die haben wir geändert, damit das Differenzial reinpasst. Damit ich mit der Höhe von der Steckwelle nach zur Fahrerseite hin quasi klarkomme. Dann war das sonst mit der Ölwanne recht eng war. Ansonsten hätte man das auch höher setzen können, aber dann hätten wir eine ganz neue Ölwanne alles konzipieren müssen mit der Steckwelle in der Ölwanne und dann wird es mit der Kugelwelle auch wieder eng. Mhm. Geil. Ja. Ja. Also ich muss sagen, erstens mal wieder mega, was ihr hier alles baut. Ja. Ja. So, weil das sind ja auch alles jetzt keine Sachen, die mal eben gemacht sind. Nee, auf keinen Fall. Da muss man ja wirklich dranbleiben an solchen Sachen. Ja. Das hat auch ein Mitarbeiter von ihm stramm immer gemacht. Und genauso finde ich es geil, dass es so Leute gibt wie dich, die halt wirklich noch hammerhart alles zurechtschrauben, Bock drauf haben, umbauen, hier nochmal, da nochmal. Ja, irgendwo ist der Reiz da, ne? Genau. Ja, dieser Reiz fehlt leider vielen heutzutage, ne? Aber es gibt halt wirklich dann immer nochmal ein paar, die… Ja. Aber ich sag mal, in unserer Szene so sind noch einige, die nachziehen. Mhm. Das sind so die, 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 ich sag jetzt mal die, jetzt nicht so die, die alten, alten Hasen, sondern die, die halt mittlerweile schon ein bisschen älter sind. Ja. So. Man fängt ja, man will ja, wenn dann… Klar baut man immer weiter. Ja, man fängt mit einem Serienstraßenauto an und macht immer weiter. Und irgendwann ist aber einfach die Möglichkeit nicht mehr gegeben. Man muss irgendwo was ranschweißen, man muss irgendwo was machen. Und… Ich hab das auch schon bei Paul gesagt, ich bin da, steh da voll und ganz hinter dir, ich find das auch geil. Ja, ich auch. Weil das, weil es war ja ein reines Viertelmeileauto nur für dich, ne? Ja. Und da braucht man sich da noch nicht einreden, ich musste jetzt unbedingt das Originalblech drin haben, sonst ist es ja langweilig, ne? Weil man sich halt auch einfach geil bauen kann, wenn man's haben will. Ich hab hier grob die Flex genommen und hab alles rausgeschnitten, was nicht irgendwie noch wichtig war. Ja. Und alles weg. Ja, und sein Angestellter, der stand nur mit Hände über dem Kopf und sag, was machst du? Ja, alles raus, was nicht wichtig ist. Wenn, jetzt nimmst du das Auto dann wieder mit zu dir, fängst dann das nachher nach zusammenzubauen. Ja. Ich würde sagen, wir schalten uns auf jeden Fall wieder ein, wenn das einigermaßen nach Auto wieder aussieht. Könnt ihr gerne machen. Und dann gucken wir mal, ob der Zeitplan alles ruhig noch ist. Ja. Aber ein Zeitplan ist ja da, um sich danach zu richten. Mal gucken. Ja, dennoch vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank für diese Einblicke. Und weiterhin viel Erfolg und so viel Spaß am Hobby. Ja, danke. Gleichfalls. Bis zum nächsten Mal. Und doch immer so weiter. Ja. Jörg die Ausgabe. Wie schlimm. Ja. Das läuft ja noch nicht ganz rund. Und fährt jetzt trotzdem eine 10,2 mit 246 ... Ja. Und fährt hier trotzdem eine 10,2 mit 246 ... Bis zum nächsten Mal.